Die letzten Jahre waren herausfordernd. Kriege, Krisen und das erstarken Recht der Kräfte stellen uns als Gesellschaft, aber auch die Politik vor große Herausforderungen. Der Ton ist rau geworden. Viele Menschen sind darüber besorgt. Sie wissen, dass wir jetzt zusammenhalten müssen. Die Klimakrise wartet auf niemanden und auch hier in Sachsen müssen wir unseren Beitrag leisten. Dafür braucht es uns alle. Aber wie soll das gelingen, wenn rückwärtsgewandte, menschenfeindliche Akteurinnen noch mehr Raum bekommen? Dafür braucht es uns Bündnis Grüne. Wir geben mit konkreten Lösungen Halt in unsicheren Zeiten. Ich möchte dabei mitwirken. Ich möchte dabei die in den Mittelpunkt stellen, die ehrenamtlich, oft unauffällig und alltäglich am Zusammenhalt unserer Gesellschaft arbeiten. Die, die solidarisch sind und für andere einstehen. Sachsen, das ist für mich zu Hause. Hier bin ich geboren und aufgewachsen, geprägt von Menschen, die immer wieder beherzt Verantwortung übernommen haben und für die Engagement ganz selbstverständlich war. Ich bin nach dem Abitur nach Pirna gezogen für mein FSJ und habe dort zehn Jahre lang gelebt. Pirna liegt mir heute als Stadt noch sehr am Herzen und die aktuellen Entwicklungen beunruhigen mich sehr. In Pirna war ich vier Jahre lang ehrenamtliche Vorsitzende der Aktion Zivilcourage und habe in dieser Zeit sehr viel darüber gelernt, dass es die BürgerInnen sind, die das Gemeinwesen gestalten und dass es auf sie ankommt, wenn es darum geht, täglich Demokratie, unsere Werte und unsere Normen zu verteidigen. Unsere Gesellschaft wird im Alltag gestaltet von vielen Menschen in Sportvereinen, in Elterninitiativen, in NGOs, in Kirchen. Es sind diese Menschen, denen die Politik zuhören muss, weil sie viel darüber erzählen können, wie wir zu guten Kompromissen kommen. Aber sie sind zugleich die, die die demokratischen Keimzellen unserer Gesellschaft sind, wo es alltäglich ist, dass Dinge ausgehandelt werden müssen, dass Kompromisse gesucht werden müssen und wo es alltäglich ist, dass nicht die zu Wort kommen und gehört werden, die am lautesten sind, sondern die, die sich wirklich einbringen wollen. Das sind Erfahrungen, die ich auch in meine kommunalpolitische Arbeit mitgenommen habe. Ich bin 2019 für die Bündnis Grünen in den Dresdner Stadtrat gewählt worden und bin seit 2020 eine der Fraktionsvorsitzenden unserer Fraktion. Im Stadtrat arbeite ich besonders in der Bildungspolitik. Ich setze mich ein für Geschlechtergerechtigkeit, gerade auch aus kommunaler Perspektive und ich arbeite für eine demokratische Erinnerungskultur hier in Dresden. Beruflich bin ich aktuell in der Jodet. Das ist eine Art Think Tank für demokratische Bildung und politische Bildung. In diesem Job habe ich das Glück, dass ich ganz viel ausprobieren kann und immer wieder neu versuchen kann, was funktioniert und wie es funktioniert. Auch das ist eine Erfahrung, die ich in die Politik trage. Ich suche undogmatisch nach Lösungen und ich bin der festen Überzeugung, dass wir auch so den aktuellen Krisen begegnen müssen. Undogmatisch probieren, den Menschen zuhören, gemeinsam nach Lösungen suchen und nicht erst anfangen, wenn alles zu Ende gedacht ist. Nur so können wir beispielsweise auch der Klimakrise begegnen. Wir müssen uns in Sachsen in den nächsten Jahren vielen Transformationsprozessen stellen und ich möchte, dass wir sie aktiv gestalten und nicht einfach über uns ergehen lassen. Dafür kandidiere ich für den Sächsischen Landtag und möchte so in den kommenden Jahren Verantwortung in unserem Gemeinwesen übernehmen. Ich möchte eine starke Stimme sein für alle Vereine und Initiativen, die sich für Demokratie und für Zusammenhalt einsetzen. Ich will eintreten für eine Jugendpolitik, die junge Menschen emanzipiert und stärkt. Aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, wie wichtig gute Gleichstellungspolitik ist, gerade für Familien. Hier ist längst nicht alles gewonnen, was zu gewinnen ist und ich will mich dafür einsetzen, dass wir hier noch weiter vorankommen. Politik gewinnt, wenn viele ihre Beiträge in die Waagschale werfen. So vermittle ich es beruflich und so will ich es auch politisch vermitteln. Darum lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass in den kommenden Monaten grüne Stimmen in Sachsen laut hörbar sind. Dafür will ich kämpfen und dafür bitte ich um euer Vertrauen.